Hallo Leute, Derseröro hier. Willkommen zu einer neuen Folge Arvorion. Und ich habe mit ein bisschen rumgeflogen. Seit letztem eine ganze Weile sogar rumgeflogen. Und ich habe ein Geheim voran entdeckt. Die gibt es in manchen Systemen, sind meistens irgendwie relativ gut versteckt. So, können wir mal heranfliegen, interagieren. Und wir haben bekommen ein Gravitationsgeschützturm. Außergewöhnlich. Und ein Doppeltitan-Abwrackgeschütz. Okay, Gravitationsgeschützturm. Was immer der macht. Also so eine Geheimvorräte gibt es manchmal. Und ich habe auch Subraumsignale aufgefasst. Es könnte also sein, dass in naher Zukunft hier Piraten auftauchen. Das ist ein bisschen, sagen wir mal... Ja, ich weiß nicht, ob es so gewollt ist bei dem Spiel. Aber teilweise kann man halt wirklich eine halbe Stunde durch die Gegend fliegen. Und es passiert gar nichts. Wirklich gar nichts. Und dann hatte ich es schon, dass dann nach einer halben Stunde so... Auf einmal, da war so zehn Minuten lang richtig Action. Zwischen immer Piraten oder dieser Nixotan kam an. Ich gucke mal gerade, ob hier vielleicht noch irgendwie mal so ein grüner Asteroid ist. Aber eine weiße gibt es jetzt hier jede Menge. Im Übrigen eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Wenn man sein Schiff repariert, reparieren will, reparieren muss, dann benötigt man auch einen Teil der Ressourcen, aus denen es gebaut wird. Also wenn man, so wie ich, jetzt ein Schiff nur aus Titan baut, dann braucht man eine ordentliche Menge Titan, wenn man sein Schiff ein paar Mal reparieren will. Wenn man es aus Eisen baut, braucht man Eisen. Logisch, ja. Deswegen werde ich jetzt hier mal kurz hinfliegen und das Ding hier noch abbauen. So. Wracks habe ich hier leider keine gefunden. Oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Wir knallen da doch rums, rums gegen. Da habe ich nicht aufgepasst. So, ein bisschen Abstand noch. Wenn man zu dicht dran ist, funktioniert das mit dem Abbauen irgendwie auch nicht. Warum, weiß ich nicht. Aber, ja, so ist das halt. Gibt dann meistens auch ordentliche Mengen. Also jetzt bin ich mehr fremdartige Subraumsignale. Sie werden stärker. Also bald kriegen wir hier Besuch. Bin etwas näher schon wieder an der Galaxie Mitte dran. Also ich arbeite mich da langsam vor. Und ich will halt eigentlich mal das nächst bessere Material mir holen. Aber ich habe noch nichts gefunden. Da, eine Menge. Ne, das sind aber fremdartige. Das sind aber zumindest keine, keine feindlichen. Also die könnte ich angreifen, aber dann mögen die mich nicht mehr. Das wäre also vermutlich nicht so clever. So, können wir auf die Karte gucken. Ich bin jetzt da. Ja, bin hier mal so, hier dann ein bisschen quer durch. Und, ja, bin halt immer noch relativ weit außen. Nicht wundern. Ich setze mir jetzt mal eine Markierung. Eine kleine Gruppe Alienschöpfer ist aufgetaucht. So, wo sind die denn? Wo sind die denn? Sprungroute ist berechnet. Okay, wo sind jetzt meine Alienschöpfer? Den hatten wir schon, oder? Den Geheimvorrat. Ja, den hatten wir schon. Ähm. Und da sind die das. Die Xotan, da sind sie doch. Ui, die sind ja noch ganz schön weit weg. Na gut, da fliegen wir mal hin. Das ist das da. Ist auch so ein... Das ist die Avak-Anhänger. Genau. Und wenn ich jetzt die Xotan zerstöre, dann kriege ich auf jeden Fall ein besseres Ranking bei den anderen. Und ich hoffe, hoffe, dass das auch klappt. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme. Und zur Not kann ich ja wieder diese lustige Ich-Spring-ins-Nachbar-System und Versteck-mich-Da-Sache machen. Das ist, von der Idee her, vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen so, als ob ich feige bin, aber in so einem Schiff steckt dann auch ein bisschen Arbeit drin. Und wenn es ernsthaft, da will ich nicht einfach so das aufgeben, nur weil da gerade ein Schiff kommt, was einfach für mich dann viel zu stark ist. Und sowas passiert schon mal. Es ist mir zumindest einmal passiert, dass ich wirklich innerhalb von wenigen Sekunden komplett kaputt geschossen wurde. Und das muss dann doch nicht sein. So, wir fliegen hier mal mit Vollspeed. Ihr seht auch, ich habe da noch so ein paar kleine Düsen zwischengebastelt, um ein bisschen mehr Schub zu haben. Und jetzt geht es hier gleich richtig zur Sache. Die fliegen, ich weiß gar nicht, ob die die anderen da angreifen oder was die machen. Wir fliegen noch ein bisschen näher, aber ich glaube, die greifen uns nicht an, bis wir die angreifen. Das ist ganz lustig. Was die dann genau hier machen, weiß ich auch nicht so. Ja, so. Man muss auch ein bisschen vorhalten. So. Jetzt dürften sie auf mich auch zu verksam geworden sein. Da rumpelt es dann aber mächtig gleich. Ja, also der hat schon einiges an Geschütztürmen da drauf. Na, komm, dreh dich. Ja, und dann heißt es auch immer schön in Bewegung bleiben. Und dann immer auch versuchen, also zumindest Schlimp, das war einer, immer erst ein versuchen, ähm, auseinanderzunehmen. Bevor man sich also den anderen zuwendet. Und ihr seht, die machen schon ein bisschen Schaden. Oh, das war ja gar nicht getroffen. Das war ja ganz schlecht. Das war ja ganz schlecht. Nee, nee, den, den wollte ich hier. Ja, komm, dreh dich, dreh dich. Der Bremsschub ist niedrig. So. Und da haben wir noch einen. Wahrscheinlich wurde da sogar schon einiges zerstört. Ja, ich habe einige Düsen verloren. So, und jetzt machen wir das. Leertaste drücken, um fortzufallen. Ja. Nicht mehr anzeigen. Okay. Ja, hier. Stark beschädigt. Ähm, das heißt, wir werden mal das Schiff jetzt erst mal reparieren. Und achtet mal auf meinen Titanenbestand. Schiff reparieren. Ach so. Ich muss erst noch einen Moment warten. Bevor ich mein Schiff reparieren kann. Ich habe einiges an Düsen verloren. Aber eine ganze Menge an Düsen. Ja, so. Achtet mal auf meinen Titanenbestand. Der hat sich deutlich verringert. Aber die Düsen sind alle wieder da. Das ist cool. Ich muss die also nicht von Hand anbauen. Ja. Aber, ähm, ihr seht, das hat mich einerseits Geld gekostet und auch Titanen gekostet. Ja. So. Und dann können wir wieder da hinspringen und schnappen uns noch den letzten. Ähm. Das war schon ein ordentlicher Kampf. Also, das war jetzt nicht ohne. Muss man sagen, ja. So. Da ist er noch. Und der ist so gut wie noch nicht beschädigt. Pirat. Jetzt. Ja. Während die Xotan da sind, jetzt kommen gleich noch Piraten dazu. Also, manchmal hat man dann wirklich so alles auf einmal und dann richtig viel. So. Hier machen wir gerade ein bisschen. Man kann dann durchaus wirklich auch versuchen, wenn man nah genug drankommt. Boah, der macht hier richtig Schaden. Dem die Geschütze wegzuschießen. So. Jetzt haben wir gleich hier der Hammer. So. Äh, da kommen die Piraten schon. Ich muss mal kurz hier wieder hierher gehen und die Koordinaten hier setzen. Weil ich vermute, dass ich in Kürze wieder sprungen muss. Äh, und das nicht. Könnte sein, dass ich das nochmal machen muss, dass mich die Piraten wieder so doll mitnehmen. Und das nächste Piratenschiff. Und das nächste Piraten-Schiff. Okay. Okay. Die Piraten sind jetzt bei weitem nicht so stark. Machen bei weitem nicht so viel Schaden. Dumm. Ah, da muss ich nicht springen. Das schaffen wir so, ja? Aber Xotan und dann kommen gleich noch Piraten hinterher. So. Haben sich gleich ein paar Beziehungen verbessert. So. Das war's. Und jetzt können wir mal gucken, gibt's hier noch was einzusammeln? Was haben wir hier? Irgendwas? Bergbau? Verbessernde Beziehungen? Wir gucken mal kurz ins Schiffsmenü. Generator, Batterie-Upgrade. Da hab ich aber so erstmal nichts. Das werden wir alle so lassen. Gucken mal, was wir hier drin haben. Das lassen wir erstmal so und jetzt können wir natürlich hier Achso, mein Schiff ist beschädigt. Ne. Mit dem Abwagding hier die noch auseinandernehmen und gucken, ob da noch irgendwas Interessantes rauskommt. Eisen und Titan kriegen wir raus. Ein bisschen immer nur, aber naja, es lohnt sich. Und manchmal halt auch noch so andere Sachen. und dann kommen wieder diese Chips oder noch Waffen raus. Ähm, vor allem die Xothan-Schiffe muss ich da finden und die auseinandernehmen. Das wäre also sehr wichtig, weil die zum Teil dir deutlich bessere Sachen einfach bieten. Entschuldige, ich geh mal kurz ins Baumenü und reparier mal mein Schiff. Ja. Oh, die Baulinger sind wir schon gegengeknallt. Da rumpelt's und knallt's und ich... Ja, leider hab ich so sonst nix rausbekommen. Da. Mal gucken, ob wir die anderen Racks hier noch finden. Äh. Ist nicht so richtig gut hier erkennbar. Es müssten ja noch ein paar Racks hier in der Gegend rumfliegen. die sich eigentlich auch lohnen müssten. Wo war denn das? Weil ich bin ja einmal weggesprungen. Also von daher könnte es sein, dass da hinten, oder? Da ist ein Rack. Genau, da fliegen wir mal hin. Ähm, die Racks auseinandernehmen lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man... Es ist halt immer ein Glücksfall, aber man kann richtig gute Sachen finden. Würde ich also euch auf jeden Fall empfehlen. das Rumpstier durch die Gegend. Ist das wieder irgendeine Farbe? Eternal Light Pink. Okay. Ich habe noch nicht herausgefunden, was man mit den Farben machen kann. und wenn ihr da irgendeine Idee habt oder das wisst oder das also schon wisst, dann... da ist ein grüner Geschütztürmer. Auch nicht schlecht. Gucken wir gleich mal, was das ist. Und ehrlich gesagt, hätte ich gerne eine einfachere Möglichkeit, Geschütztürmer auszutauschen. Also das finde ich etwas kompliziert, wenn ich es wünschen würde. Das ist ein Doppelmaschinengeschützturm. Okay, so. Gucken wir mal nach weiteren Wachs. Sehe gerade keins. Das ist alles Titan. Titan ist ja nicht schlecht, aber... Ähm... Das ist gerade nicht das, was ich suche. Hier sieht man auch nichts. Okay, ich sehe gerade keine weiteren Wachs. Könnte jetzt hier durchsappen, aber... das könnte relativ lange dauern, vor allem, weil man halt so viele Kleinteile hat. Nicht dagegen knallen. Da gibt es Eisen. Holen wir uns mal noch ein bisschen Titan, dass wir wieder ein Vorrat haben, falls wir das Schiff reparieren müssen. Und dann gucke ich nochmal nach den Geschützturm. Vielleicht gucke ich erstmal nach den Geschützturm. Das Problem ist irgendwie, man kann halt hier nicht so genau erkennen, wenn dieser Geschützturm jetzt... Welcher ist denn das jetzt? Weil das zeigt er mir nicht an. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt was abbaue, was baue ich denn dann ab? Ja. Irgendwie sagen... Ach hier, Farbe wählen. Ha! Da sollte ich jetzt hier hingehen und sagen, da, Farbe wählen und dann kann ich hier irgendwas mit... Ach nee, muss ich zuerst die Farbe wählen und dann den Block machen? Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Auch mit denen hier kann ich... Kann ich die hier irgendwie abreißen? entfernen? Hm. Das ist mein Inventar. Ich habe einen Gravitationsgeschützturm. Doppeltitan-Abwrack-Geschützturm. Ich weiß davon auch... Ich weiß jetzt auch nicht, welche davon ausgerüstet sind. Das ist so... Das ist so... Das ist so ein bisschen mein Problem. So, also wir nehmen den und löschen den mal raus. Und den und löschen den auch mal raus. So, und dann gucken wir mal. Wir haben einen Doppeltitan-Abwrack. Also, welchen habe ich denn jetzt noch? Drin. Eins. Diese habe ich noch. Also, nur die normalen. Das heißt, ich müsste jetzt die wieder reinmachen. Einmal den hier, den Titan-Abwrack-Geschützturm. Dahin. Und ich muss irgendwas zum Bergbau noch reinmachen. Schaden pro Sekunde 3,6. Hier irgendwas Blaues? Nö. Der kommt dann hier oben drauf. So. Ähm. Das sind Vierlinge. Ich entferne den mal. ich glaube, ich habe ihn jetzt entfernt. Vierfahre D, 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 Doppelmaschinen. also den anderen kleinen entfernen wir auch noch. So. Dann gucken wir mal. Wir haben hähnl. Hatte ich nicht noch blaue? Oder habe ich die alle? Also auf jeden Fall machen wir den Außergewöhnlichen hier ran. So. Oh, ich brauche mir Ingenieure. Dann müssen wir mal eine Station anfliegen. und der Doppelmaschinen. Nicht genug in Besatzung. Gucken wir mal ins Besatzungsmenü. Ja, okay. Ich brauche mehr Besatzung. Ziehen wir hier mal einen ab und weisen da einen zu. Dann ist unser Bergbau-Ding nicht ganz so gut, aber okay. Wir müssten dann mal... Ja, das ist okay. Damit müsste ich jetzt leben. Und wir müssen noch die Sachen hier wieder zuweisen. Bolter, Bolter. Den machen wir auf 1 und den auf 4 und das ist 5. Nein. 4 und 5. So. Dass wir die zugewiesen haben. 5, 1. Okay. Sieht auch interessant aus. Gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo hinkommen, wo es was gibt, womit wir Personen kriegen. Ich bin hier. Hier gibt es einen Handelsposten. Handelsposten. Wo bist du? Da bist du. Kann ich Crew einheuern? Sollte ich können. Okay. Wir brauchen mindestens eine Crew. Boink. Nicht aufgepasst. Dazu muss ich aber andocken. Das weiß ich ja schon. Das kennen wir schon. Und ja. Dann werde ich mich einfach mal wieder auf den Weg machen. Und ein bisschen weiter noch Richtung Notruf von Unbekannten. 290. 269. 290 ist hier. Das ist da. Also das ist... Ich bräuchte ewig, um da hinzukommen. Und dann weiß ich nicht, ob das Sinn macht wirklich. Oder was mich da erwartet. Wir werden erstmal hier andocken. Und unsere Crew aufladen. Das macht hier Sinn. Sondern gucken wir mal, wo es hier Docks gibt. Genau, ganz vorne gibt es eins. Das macht wahrscheinlich Sinn, da hinzufliegen. Muss man schön langsam andocken. Nicht so schnell. Doch, ne, so. Können wir hier irgendwas verkaufen eigentlich? Irgendwas, was ich habe? Nö. Bier. Wollen wir ein bisschen Bier kaufen? Nein. Kuh anheuern. So. Wir nehmen mal 5 und heuern die an. Dann müssen wir die noch im Schiffsmenü, sag ich mal, hier automatisch zuweisen. Ups. So, haben wir noch 4 übrig. Und haben jetzt hier wieder volle Leistung auf allen Systemen. Ähm, ich überlege gerade mal, ob ich tatsächlich mal gucke, dass ich zu dem Notruf komme. Das wird halt nur wirklich eine ganze Weile dauern, da hinzukommen. Und ist eigentlich... Egal, wir versuchen das einfach mal, okay? Koordinaten eingeben. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Das ist halt... Ich kann halt nicht so weit springen. Und das Springen dauert tatsächlich so. Spring. Schupp. Äh. Hier ist gar nichts. Das ist oft dann so. Es gibt auch Updates, mit denen man weiter springen kann. Aber ehrlich gesagt, war bis jetzt... Ähm, Sekunde. Ich gehe mal kurz hier aufs Schiff reparieren. Ähm. Ähm. Boah. Da dreht man sich... Das ist auch kurios. Da dreht man sich immer weg. Das finde ich also auch merkwürdig. So. Irgendwas drin? Nö. So. Weiter. Dahin. Dauert halt wirklich ewig. Ich muss halt auch immer wieder warten, bis hier oben, bis mein Antrieb aufgeladen ist. Ja. Nicht nur bis die Sprungroute berechnet ist, sondern auch bis mein Antrieb aufgeladen ist. Was habe ich? Ich habe dieses... Okay. Geschütz-Kontrollsystem. Das bleibt auf jeden. Und hier Energie und Aufladerate. Finde ich sehr sinnvoll. So. Von daher... Ja. Jetzt sind wir fast da. Das werde ich mal noch machen. Ich habe nicht so richtig Ahnung, was mich da erwartet. Ähm. Wir gucken einfach mal. Piraten. Die Xotan. Oder. Keine Ahnung. So. Und einmal noch. Jetzt können wir da hinspringen. Da ist dann daneben auch irgendeine Energiesignatur, was im Normalfall irgendwelche freundlichen Schiffe sind. Ähm. So. So. Springen wir mal. Okay. Okay, hier geht's sofort los. Und der... Ich bin nicht sicher, ob der Gravitationsturm so richtig Schaden macht. Gucken wir mal nur. Nee, der macht irgendwie gar keinen Schaden. Das ist natürlich blöder. Und wenn der keinen Schaden macht, ist es schlecht. Weiß ich gar nicht, wozu der da sein soll. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall gleich mal wegspringen. Nein, die mal auseinander. Es gibt hier ein bisschen viele. So. Machen wir ihn mal kurz so und dann gehen wir mal... Na. Ah. Dann funktioniert das mit dem Klicken nicht. Koordinaten so. Berechne mal bitte. Bevor der mich hier auseinander nimmt. So. So. Warten. Die Waffen überhitzen gerade. Da müssen wir mal kurz mal raus. Ähm. Und, ähm. Ja. Das erstmal regenerieren. Und auch diesen einen Geschutzturm da weg machen. Sondern der bringt ja offensichtlich... Also ich weiß nicht, was der bedeutet. Aber Schaden macht der ja gar keinen. Und das ist natürlich Mist, wenn man da keinen Schaden hat. So. Warte ich nicht... Ich hatte doch hier noch... Ach. Da oben sind die. Eisenbergbau. Doppel Eisen. Abwrack. Doppelmaschinen. Doppelmaschinen. Da oben sind die. Nehmen wir die. Druckkraftgenaue Reichweite. Ach. Die Reichweite ist sehr gering. Hm. Nein. Weiß ich nicht, ob die so viel bringen. So. Dann machen wir den noch da ran. So. Und sagen... Reparieren. So. Schupp. Alles wieder da. Schiffsmenü. Ah. Das hier zuweisen. Machen die auf 1. Die auf 2. So. Das haben wir gut. Und dann können wir da wieder zurückspringen. Springen, ne? Wenn es denn geht. So. Koordinaten. Und dann sollten wir so ein bisschen bessere Chancen haben. Da noch was auszurichten. Oh. Boah, hier sind aber viele. sind echt viele hier ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich mit denen hier anlegen sollte so, der ist weg immer wieder da in Koordinaten so da hat der so, das scheint fast so eine Art Schild zu haben, oder? oh, der, der macht jetzt hier aber ordentlich den nehmen wir gerade ordentlich auseinander das ist gut so da fliegt was durch die Gegend so, wo ist denn der Nächste? der ist da vorne okay den müssen wir kurz warten dann können wir hier ähm reparieren 10 Sekunden 5 Sekunden so, schon repariert ich will aber nicht mitten rein fliegen also manche von denen scheinen deutlich schwächer zu sein als andere also erstmal ein bisschen Abstand gewinnen alle anderen Schiffe sind mittlerweile auch weg puh gucken, kann ich schon reparieren? nein 5 so, gut wenn sich jetzt natürlich alle Schiffe hier auf mich stürzen, dann wird das lustig so, den nehmen wir mal mit puh ich will mich hinter einem verstecken oh nein, ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss da weg puh mein Schiff zeigt in die falsche Richtung ja puh 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 krass 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 und das kostet auch richtig Ressourcen also, weil ich ja immer wieder mein Schiff reparieren muss gucken geht schon nein ja die Welt sind das mal 15 Sekunden mal guckt das fehlt schon wurde einiges weggeschossen meine Bewaffnung ist aber noch da aber ein paar Korrekturdösen wurden hier hinten weggeschossen uiuiuiuiui uiuiuiui uiuiuiui also, hier sind da wieder 13 Piratenschiffe noch so jub wir gucken ähm Schild hab ich halt nicht und ich weiß auch nicht genau wann und wie man ein Schild machen kann braucht man ist das hier erst später an irgendwas Generator Intikitätsfeld Hyperraumkern Hyperraumkern das gibt's hier noch gar nicht Computerkern Schildgenerator Trinium Schildgenerator Naonid gibt's auch einen aber aus Titanium halt noch nicht also ja ähm Naonid hab ich leider noch nix gefunden so die Folge wird jetzt oh ja klar logisch äh wo ist denn einer hier so springt anscheinend mitten in die Reihe und schon wieder fast weg so schnell nein dann geht das nicht boah jetzt gibt's ja auch schon Piraten Mist ähm wo ist denn das wo muss ich denn hin weg weg so könnte es hier mal äh bitte Leute wie reparieren oh das gibt's doch nicht ich bin doch total komplett beschädigt ich hab doch gar nichts mehr ja zumindest ich hab ich hab gar nichts ich hab noch nicht mal Antrieb okay ja ja ist ja okay ich würd mich ja sofort mit dem anlegen aber äh ich bin so schwer beschädigt dass ich grad gar nichts machen kann ja also na so jetzt aber und ihr seht ich hab ganz schön ganz schön ganz schön sechs Schiffe sechs Schiffe zwölf Schiffe okay wir gucken mal kurz ob wir da nicht noch ein bisschen was rausholen können so jetzt ist hier gar keiner na toll wo ist er jetzt hin ich wollte ihn doch kennenlernen und er mich jetzt oh hole 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 Sprung-Route-Berechnet, ja. Ist noch nicht aufgeladen, ist noch nicht aufgeladen. Joa, also die ganze Zeit ist nix los, alles ganz easy und auf einmal hat man dann richtig Action. Hier ist auch nichts. Wenn ich mich nochmal mit den zwölf Schiffen da anzulegen, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Zumindest habe ich da irgendeine Verbindung und kann dann da weiter. Xotan. So, nehmen wir erstmal Xotan hier. 15, 13, 14. So, hör's an. So. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Oh, die machen ganz schön Schaden. Was immer das für Türme sind, aber die machen ordentlich Damage. Ah, schießt nur nicht allzu gut. Das ist mein Glück. Und Dump. Dump. Genau. Den müssten wir auf jeden Fall dann mal auseinandernehmen. Den schießt mit dem Laum. Mal auf, da. Mal auf, da. Die kriegen wir. So. Drehen. Drehen. So. 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 Und. Auch kaputt. Okay. Gut. So. Ähm. Ich denke, das reicht dann erstmal. Ja, die haben mich auch wieder ordentlich mitgenommen hier. Ähm. Ich werde die noch abwracken, alle. Gucken, was ich da rauskriege. Und dann, ähm. Mal gucken, ob ich mich da noch mit den Piraten anlege. Äh. Ich hatte ja eigentlich schon einige Piratenschiffe zerstört. Würde wahrscheinlich also Sinn machen. Aber. Ja. Könnte. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. So. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen was Schönes raus. Auch Titan, einiges. Und dann, ja. Äh. Danke ich euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Vielleicht treffe ich ja auch auf diesen Typen da nochmal. Der da so, äh. Großspurig mir gedroht hat. Und das ganze Problem war, dass ich schon so mitgenommen war, dass ich so mir überhaupt keinen Kampf mehr leisten konnte. Da muss ich also vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein. Und, ja. Ich denke, dann sehen wir uns, äh, beim nächsten Mal wieder. Nächste Folge Arborion. Äh. Wenn wir hier wieder ins Weltall düsen. Und, äh. Gucken, welche Abenteuer wir bestehen können. Äh. Und ich bin ganz froh, eigentlich ehrlich gesagt, dass es das Schiff noch gibt. Weil das war ein paar Mal doch... Oh. Eng. Sagen wir es mal so. Gut. Ähm. Ich mache hier noch ein bisschen Abwrack, äh, Prämien, äh, irgendwas. Ja. Das dauert auch. Das dauert auch. Das ist, äh, nicht so ohne. Also, zeitlich einfach. Und das muss ich euch dann nicht alles zeigen. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Sagt euer Sorio. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.